Hallo, ich bin's, Raute. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Worüber reden wir denn heute mal? Gut, die Rammstein-Fans wissen schon Bescheid. Worüber reden wir? Über das neue Rammstein-Album. Ja, wie heißt es denn, das neue Rammstein-Album? Keine Ahnung. Sieht so aus, als hätten Rammstein sich jetzt vollständig ins Gegenteil verkehrt. Alles ist jetzt reduziert. Es gibt keine Namen, es gibt keine dramatische Geschichte auf dem Cover wie bei Liebe ist für alle da. Es gibt nur, am Anfang war das Feuer. Am Anfang war bei Rammstein das Feuer. Also wir wissen ja alle, die Rammstein-Konzerte, das Rammstein-Gefühl ist voller Feuer, voller Explosionen, voller Laut. Und auf ihrem neuen Album haben sie sich quasi auf ihren Ursprung bedacht. Also eine künstlerische Reduktion auf den Ursprung, auf das Wesentliche. Ein Streichholz. Aus einem Streichholz ist das hier geworden. Rammstein. So, man könnte also eine Special Edition kaufen. Das ist diese hier. Und man könnte eine normale CD kaufen. Das ist diese hier. Wo ist denn der Unterschied? Da kann ich euch sagen, 4 Euro ist der Unterschied. Ansonsten gibt es keinen Unterschied. Das ist das Erste, was ich schon mal sagen kann über das Album. Also diese 4 Euro sind, ist dieses Bild mehr. Also Stiefel, wirklich sehr gut gemacht, finde ich, schwarz-weiß. Die Stiefel und dann die einzelnen Männer im Spiegelbildkopf über. Dafür haben wir 4 Euro bezahlt. Naja, so als Fan hat man schon so viel Geld ausgegeben. Aber früher waren dann einfach noch Bonus-Tracks drauf. Wenn ich mich erinnere, an Liebe ist für alle da. Da waren die Bonus-Tracks, die 4, mit das beste, was überhaupt auf dem ganzen Album war. War ich erinnere da, an Donaukinder. Und früher waren eben ja auch die B-Seiten immer noch, tja, Juwele. Vorne war, keine Ahnung, Engel. Und hinten war Feuerräder oder Gib mir deine Augen. Oder so Dinge, die, Stücke, die einfach nie wieder auftauchten. Und auch nur ganz selten in den Konzerten gespielt wurden. Und wo man dann, ja, ein kleines Geschenk bekommen hat. Das ist jetzt auch vorbei. Also bei Deutschland ist auf der B-Seite ein Remix von Richard Kruspe sehr gut. Also wirklich fast genauso gut wie Deutschland. Und bei Radio ist auf der Rückseite ein Remix von dem Sohn des Gitarristen. Ja, irgendwie scheint Rammstein jetzt auch sparen zu müssen. Aber das ist das eine. Das andere ist, sie haben ansonsten an nichts gespart. Also das neue Album. Das neue Album hat wie immer elf Tracks. Und beim ersten Hören, ich habe es das erste Mal gehört, als wir sechs Stunden im Auto saßen auf dem Weg nach Berlin. Und dann haben wir es wirklich sechs Stunden lang gehört. Und beim ersten Hören habe ich gedacht, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, irgendwie, hu. Puh, ist aber doch sehr abgespeckt. Oder es war einfach irgendwie anders. Ich weiß nicht, ob ich das Wort enttäuscht benutzt habe. Aber es war sowas wie, puh, ich weiß nicht, also hatte ich irgendwie anders erwartet. Nun bin ich jetzt in dieser Lage, ich bin ja erst in diese ganze Rammstein-Geschichte reingekommen, als alle Alpes schon da waren. Ich habe noch nie ein Album erwartet. Also als ich da reinkam, gab es alle Stücke. Ich konnte mich überall, ich konnte mich überall rausnehmen und mir die anhören, mich da reinleben. Und ich hatte noch nie eins erwartet. Ich konnte gar nie enttäuscht werden. Und hier war es jetzt anders. Wir hatten im Vorfeld schon erfahren, dass Richard also viel Lust auf elektronische Musik hat und die einleben durfte. Wir hatten im Vorfeld erfahren, dass Flake mehr Raum dafür bekommen hat, so mit seinem Soundspiel, seine Soundspiele zu nutzen. Aber das, was wir dann bekommen haben, war genau das, was wir vorher gehört hatten. Aber gut, im Kopf kann man sich nicht vorstellen, wie es sich anfühlt. Also es sind, Deutschland und Radio kennen wir schon, darüber muss ich wirklich nicht reden. Und dann sind es, es ist eine reife Leistung. Dieses Album ist eine reife Leistung. Also man merkt, dass die Männer in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht gereift sind. Till, ich glaube, ich wüsste jetzt gerade kein Lied, außer Zeig dich, wo er diesen alten Sprechgesang hat, ansonsten singt der. Und wenn ich singen sage, dann meine ich singen. Also man merkt, wie viele Gesangsstunden er hinter sich hat. Der singt nicht irgendwie besser als früher, die singt richtig gut und so, dass es einen mitnimmt. Dann die Musik ist so, ja, es ist so ein Sinti-Ritt durch drei Jahrzehnte. Manchmal hört man Rammstein ganz deutlich durch. Manchmal denkt man, ui, ist das guter, ist das? Und dann hört man weiter und denkt, ja, oh ja, es ist Rammstein. Ich glaube, abschließend, also mein Gefühl für dieses Album, nachdem ich es jetzt eine Million Mal gehört habe, ist, man spürt ihn wirklich in jeder Hinsicht an, dass sie gereift sind. Es ist eine wirklich großartige Leistung, nochmal alles ganz neu zusammenzusetzen und zu überlegen, nochmal ganz neu aufzubrechen für Männer, auch in dem Alter. Die sind ja alle Mitte 50, Mitte, Ende 50. Die hätten sich ausruhen können auf dem, was sie können, was sie erreicht haben, was erwartet wurde. Das wäre kein Problem gewesen. Also nochmal ganz neu sich zu besinnen und was Neues anzufangen, nochmal neue Schritte zu gehen. Das bewundere ich, das gefällt mir auch wirklich gut, je länger ich es höre. Es ist wirklich sehr vielfältig. Und jetzt, wenn man es ein paar Mal gehört hat und über diese erste, naja, sagen wir mal, Verwunderung hinweg ist, dann ist es so ein Gefühl von, naja, wie wenn man einen Partner hat, der hat vielleicht einen Bart und lange Haare und dann geht er zum Friseur und dann kommt er wieder und hat ganz glattes Gesicht und völlig andere Haare. Vielleicht sind die Haare kurz und vielleicht sogar irgendwie gefärbt. Und man guckt sich den anderen an und sagt, äh, was hast du denn da gemacht? Und er sagt, ja, wieso, hier, guck mal, kratzt jetzt nicht mehr beim Küssen. Und du denkst, äh, ja, aber, äh, mi, 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 ich mochte den eigentlich vorher ganz gerne. Und dann guckt man sich den drei, vier, fünf Tage beim Frühstück an. Und am sechsten Tag hat man schon vergessen, wie das vorher gewesen ist und erinnert sich an den Mann, der dahinter ist, steckt und liebt den Mann wieder, der sich ja nicht verändert hat. Der ist immer noch da, der hat nur jetzt eben keinen Bart und die Haare sind anders. Genauso kommen wir das mit dem Album vor. Ich versuche mal so ein bisschen was über den Inhalt zu sagen. Die ersten beiden Stücke, das sind ja die ersten Teaser gewesen, also Deutschland und Radio, egal. Dann kommt Zeig Dich. Zeig Dich beginnt mit Fantasielateien. Ich könnte mich ja schlapplachen. Ich habe noch nirgendwo, ich habe wirklich in dieser letzten Woche, ich bin ja relativ spät jetzt hier mit meinem Beitrag, ich habe eine Woche mir Zeit gelassen. Ich habe wirklich alles gelesen, nicht alles, aber sehr, sehr viel gelesen von dem, was darüber geschrieben wurde. Hier nochmal mein Dank an Jackie und an Norbert, die mich ständig mit Artikeln versorgt haben, damit ich die auch noch lesen konnte. Ich hätte die Zeitung gekauft. Ich wollte gerne wissen, was die Menschen, die sich viel besser ausgähnen als ich, dazu sagen. Ich habe dann aber hinterher gemerkt, nee, ich möchte gerne, also es macht mehr Sinn, über meine Meinung zu reden. Aber nirgendwo habe ich gefunden, dass dieser Anfang, dieser lateinische Anfang, den übrigens ein Chor in Minsk gesungen hat, dass der Fantasielatein ist. Es gibt dieses Lateinisch. Also jeder Lateinprofessor wird da jetzt sitzen und denken, was wollen diese Menschen? Und ich kann euch sagen, was diese Menschen wollen. Die wollen uns damit genau das zeigen, was die Kirche ihr tausendelang getan hat. Die Gläubigen saßen da, verschreckt und durchkühlt in den kalten Kirchen und haben kein Wort verstanden. Und das sollten die auch. Die sollten sich klein fühlen und hilflos und machtlos. Und genauso fühlen sich jetzt hier alle, wenn sie den Anfang von Zeig dich hören, irgendwie so ein Fantasielatein. Und das dauert auch eine Weile. Ich habe erst noch versucht, irgendwas zusammenzureimen. Christus Domus. Okay, Christus ist mein Zuhause, aber heißt es gar nicht. Also es hat überhaupt keinen Hintergrund, keinen Zusammenhang. Dann gibt es eben ein richtiges Rammsteinlied. Und da geht es um, wer darum zeigt dich. Also das ist eine imperative, eine Aufforderung an Gott sich zu zeigen. Und dann kommt, das ist wirklich eine Tillindemann-Leistung, die muss ihm erstmal einer nachmachen. 42 Worte, also Alliteration, die mit fair anfangen. Verboten, das muss ich vorlesen, das kann man verlangen, verfluchen, verdammen, versuchen, verdammnisversprechen, verüben sie Verbrechen. 42 Worte sind ihm eingefallen, er wiederholt sich nicht und die machen Sinn, um das zu beschreiben, wie die Kirche sich verhält. So, ansonsten geht es eben darum, was die Kirche in den letzten Jahrtausenden sich herausgenommen hat. Was sie glaubt, ungestraft, das ist ja das, ungestraft mit Millionen von Katholiken tun zu können und immer noch als moralische Instanz zu gelten. Eine meiner Lieblingsstellen ist, aus Versehen sich an Kindern vergehen. Ja, da sage ich jetzt auch mal nichts zu. Aus Versehen sich an Kindern vergehen. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Versehen das war und von wem, aber ich glaube, da müssen wir auch alle nichts zu sagen. So, das nächste ist Ausländer. Es gibt so Stücke von denen, da kann ich nicht umhin, das erste halbe Jahr, wenn ich es ja immer laut so lache, unter anderem Morgenstern, wo das dann mit so lieblicher Musik beginnt und dann, sie ist hässlich, dass es graut. Also hier bin ich jetzt mittlerweile drüber weg, aber die ersten, erste halbe Jahr musste ich über diesen unfassbaren Tabubrochs immer so lachen. Sie ist hässlich, dass es graut, wenn sie in den Himmel schaut. Und das haben wir hier bei Ausländern auch. Also wir erfahren jemand, der viel und gern reist. Also er ist der Ausländer und alle anderen auch, weil wenn wir im Ausland sind, sind wir die Ausländer, wenn die hier sind, sind hier die Ausländer. Also überall sind alle Ausländer. Da über diesen Titel möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen. Auf jeden Fall geht es natürlich wie immer um Sex. Also das muss ich überhaupt sagen. Es gibt mittlerweile auch zwei, drei andere Themen, aber auch dieses siebte Album, ich müsste mal nachzählen, ich glaube, es sind mindestens acht Titel, wo es um irgendeine Form von Sex geht. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommt denn das, dass man nach 25 Jahren immer noch so exzessiv über Sex schreiben muss? Also ich meine, man könnte ja auf den Gedanken kommen, dass dieser arme Mann, ich sag mal so, organische, hydraulische Probleme hat, dass er das irgendwie sublimieren muss. Wenn es damit klappt, freue ich mich für dich, Herr Lindemann. Gut, also er ist jetzt kein Mann für eine Nacht, haben wir erfahren. Er bleibt höchstens ein, zwei Stunden und danach ist er schon wieder verschwunden. Also er ist wirklich immer unterwegs. Aber worum es ihm geht, er erzählt, dass er eben alle Sprachen, also viele Sprachen gelernt hat, dass er sehr früh begriffen hat, dass es sinnvoll ist, Sprachen zu lernen. Ja, mein Sprachschatz ist nicht schlecht. Ein scharfes Schwert im Wortgefecht mit dem anderen Geschlecht. Andere Länder, andere Zungen, so habe ich mich schon früh gezwungen, dem Missverständnis zum Verdruss. Also das Missverständnis hat jetzt einen Verdruss, weil er Sprachen lernen muss. Also das Missverständnis hat jetzt Verdruss, weil er eben Sprachen kann, weil er Sprachen lernen muss. Ja, und dann erfahren wir, dass er sich zufrieden ist mit seinen Sprachkenntnissen. Ist von Vorteil, wenn man sich verständlich machen kann. Also darüber unterhält er sich jetzt mit uns die ganze Zeit, wie schön das ist, dass er so viel Sprachen kann. Gibt auch schöne kleine Beispiele, ganz wesentlich schwierige Sätze wie Also ganz, wirklich ganz schwierige Sachen gelernt. Und es geht ja auch nur darum, die Ausländerinnen, in welchem Land auch immer er es ist, ins Bett zu kriegen. Und da hat er herausgefunden, das wesentliche Argument ist, dass er deren Sprache sprechen kann. Die Musik ist klasse. Es ist zwar Rammstein, aber es beginnt so, dass man denkt, oh, Scooter. Hyper, hyper. Aber dann ist nichts mit hyper, hyper. Dann erfahren wir, welche Sprache man lernen muss. Also die Musik ist wirklich klasse und man geht auch mit. Und das ist sehr elektronisch. Da merkt man eben Richards Handspiel. So, und das endet, diese ganzen unglaublichen Sprachfähigkeiten, die er sich angeeignet hat, enden mit Du kommst mit mir, wir machen gut. Du kommst mit mir, wir machen gut. Und dazu muss man sagen, dass ich mal ein schönes, sehr blondes, 16-jähriges Mädchen war in Italien. Und wirklich und ungelogen, diese alten, fetten Männer mit ihrer mürben Haut kamen tatsächlich am Strand zu mir und sagten Du kommst mit mir, wir machen gut. Und die wollten auch immer gerne Ficky Ficky machen. Und ich hatte mit 16 keine Ahnung, was die meinen. Ich hatte so eine Ahnung und habe gestaunt, was diese alten Männer glaubten. Na, immer egal, die versteht schon. Und als er dann hier singt, du kommst mit mir, wir machen gut. Dann werde ich in einem halben Jahr noch drüber lachen. Also, das hat er sich nicht ausgedacht, will ich nur sagen. Das gibt es in dieser Welt. So, dann gibt es, dann kommt Sex. Große Überraschung, es gibt ein Lied über Sex. Die große Überraschung oder die Freude ist, das ist eine Persiflage auf Schlager. Der Refrain, wir leben nur einmal, wir leben nur einmal, wir lieben das Leben, wir lieben die Liebe. Also, das ist Schlager at its worst. Und Rammstein zeigt uns da gerade, auch diese Schlager-Themen müssen nicht einfach und kitschig sein. Das ist nicht nötig. Die Melodie ist tatsächlich auch Schlager, aber der ganze Text ist dann wieder, und auch dieser Rhythmus drunter, ist dann wieder Rammstein. Und das ist auch das einzige Stück mit einer Soundwall. Also, die hatte mir tatsächlich gefehlt. Als ich das gehört habe, dachte ich, wo ist denn diese ganze Brachial, nicht Brachial, dieses Monumentale, was Rammstein so ausmacht. Das hatte mir erst gefehlt, und dann hatten wir auf diesem Stick im Auto, kam danach dann Donaukinder, so zufällig dann, und dann kam Donaukinder, das beginnt ja mit so einer Soundwall. Und da dachte ich, ah ja, das fehlt mir. Aber ehrlich, ja, das fehlt, aber das fehlt mir mittlerweile nicht mehr, weil wir haben was anderes dafür bekommen. Puppe, darüber muss man sprechen, finde ich. Ich erzähle nicht alle Stücke, die habt ihr ja alle schon gehört. Puppe ist eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, ich sage jetzt mal kleines Mädchen, das kann auch ein Junge sein, aber ich denke, es ist ein kleines Mädchen, das jeden Abend von ihrer Schwester ins Schlafzimmer eingesperrt wird, werden muss, und unter Barbiturate gesetzt wird, damit sie nicht mitbekommt, dass ihre Schwester nebenan sich prostituieren muss, damit sie nicht mitkriegt, wie ihre Schwester schreit. Und am Schluss wird die Schwester auch umgebracht. Die ganze Geschichte, das ganze Lied, der ganze Text, der wirklich wieder, boah, unglaublich, der Mann ist ein solcher Lyriker, ist er immer gewesen, aber ich finde, der ist so gereift in den letzten Jahren, klar, er hat auch nichts anderes getan, aber gut, das Ergebnis ist auch wirklich großartig. Wie dieses Mädchen aus der Ich-Perspektive erzählt, das ist fast ein bisschen irritierend, weil das so gesachlich ist, als würde sie eine Beschreibung für den Kühlschrank vorlesen. Diese fürchterliche Geschichte, die sie erzählt. Und dann schauen wir zwischendurch zweimal in ihren Kopf und da hören wir dieses Schreien, dieses Brüllen, dieses Grauen in ihr, wie sie sich wirklich fühlt. Das ist sehr beeindruckend. Also ich möchte jetzt, ich wünsche mir für Herrn Lindemann, dass die nächsten bei den 42 Konzerten, dass sie nicht Puppe spielen, weil ich möchte nicht seine Stimme sehen nach dem dritten Konzert. Oh, das täte mir leid. Aber für uns als Zuhörer erst mal, es ist fast Programmmusik. Also Programmmusik ist ja, dass die Musik das übernimmt, was Worte nicht tun. Das ist sehr beeindruckend. Was mich dann auch beeindruckt hat, ich habe ja hier die ganzen Zeitungen gelesen, um zu gucken, wie denken die darüber. Und dann, was habe ich gelesen? Also über Puppe wurde viel geschrieben, weil es ist ja wirklich beeindruckend. Also auch vom Thema her, vor allem, wo diese Schwester hinterher auch noch umgebracht wird. Und dann kann man sich, es gibt mir gar nichts anderes übrig, als sich vorzustellen, was wird aus diesem kleinen Mädchen, wie geht es der? Und dann schreit sie dann auch, ich beiße der Puppe den Kopf ab. Das ist dieser Teil, wo wir in ihren Kopf reingucken, in ihre Gefühle reingucken. Und das endet dann nachher mit, es geht mir sehr gut. Das heißt, jetzt ist es verdrängt, ab jetzt wird es gefährlich. Genau. Und was schreiben die Zeitungen? Sind sich alle so einig? Es ist ein großartiges Stück, das ist ein großartiges Rammsteinstück. Und dann steht da, dieses kleine Mädchen sitzt in ihrem Zimmer und nebenan vergnügt sich ihre Schwester. Oder es steht, nebenan geht es bei ihrer Schwester so richtig ab. Oder nebenan lässt ihre Schwester es krachen. Oder, das habe ich auch, nebenan hat ihre Schwester Spaß. Nein, ihre Schwester hat überhaupt keinen Spaß. Wir wissen ja alle, dass die Medienlandschaft männerdominiert ist, von weißen alten Männern dominiert ist. Und die Musikbranche noch viel mehr als alle anderen Branchen. Und ich weiß auch, dass die nichts gelernt haben in den letzten Jahrzehnten. Aber ich darf es Ihnen euch mal sagen. Nein, diese Schwester hatte keinen Spaß dabei. Und diese Schwester hatte auch kein Vergnügen dabei. Und die hatte auch nicht das Gefühl, es krachen zu lassen, während sie ihre Arbeit machen musste. Und ihre kleine Schwester, vielleicht drei-, vierjährige Schwester, nebenan unter Barbituraten gesetzt wurde, damit sie das nicht mitkriegen muss. Und außerdem haben wir Herrn Lindemann das Dam-Dam des 21. Jahrhunderts zu verlangen. Also seit 1968 müssen wir ja von Drafi Deutscher das Dam-Dam singen. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam-Dam. Und da müssen wir ja auch seit 50 Jahren damit leben, dass wir dieses Lied in einem völlig großen Grammatikfehler singen müssen. Marmorstein und Eisen brechen heißt es natürlich und nicht Eisen bricht. Hat Herr Lindemann uns jetzt genommen, diese Not, weil in Puppe endet mit fast genau diesem Dam-Dam. Darum bin ich sehr dankbar für. Also wir haben jetzt das Dam-Dam des 21. Jahrhunderts. Wir können uns jetzt alle endlich von Drafi Deutscher lösen. Vielen Dank, Herr Lindemann. Also ich habe einen Beitrag in einer renommierten Musikzeitschrift gelesen. Ich weiß nicht, entweder nicht so begeistert von dem Album gewesen zu sein oder nicht von Rammstein oder keine Ahnung. Auf jeden Fall schrieben die, das wäre enttäuscht von dem Album. Das wäre eben so seicht geworden. Und das wäre jetzt Helene Fischer für Arme. Natürlich schreien das alle Rammstein-Fans auf. Und zu Recht, natürlich vollkommen zu Recht. Ja, es gibt Schlager-Elemente, aber gerade daran können wir erkennen, dass Schlager nicht seicht sein muss. Leicht muss nicht seicht sein. Das Leben von Helene Fischer-Fans besteht nur aus, aus, oh, alles ist so gut und wenn du nicht da bist, dann bin ich ganz allein. Und keine Ahnung, dieser ganze oberflächliche Scheiß, der in keinem Leben dieser Fans stattfindet, weil das gibt es, so findet Leben nicht statt. Und selbst wenn Rammstein-Schlager-Elemente, das haben sie bei Pussy ja auch schon gemacht, bei 2DW nutzen, dann nutzen sie die Musik entweder als Persiflage oder weil die Musik vielleicht einfach eingängig ist. Aber die Texte, die Überraschungen, die Tiefgründigkeiten, die Vielbödigkeiten, die heben sie einfach nicht nur von jeder Musik ab und ganz bestimmt, aber auch von Schlager. Und dann zu sagen, sie sind die Helene Fischer für Arme. Also ich meine, erst mal sind Helene Fischer-Fans nur reich oder das ist einfach nur, sorry, das ist einfach nur dumm. Wenn man das zum ersten Mal hört, hat man ein Gefühl von, oh ja, hier kann ich gut mitsingen, beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Und ich habe es mir so viel angehört und mir fällt, gestern sind noch bei einigen Stücken, sind noch mehr Bödigkeiten aufgefallen, wo ich dachte, ach, das hat er gemeint, ach so ist das. Und wenn bei Rammstein irgendjemand atemlos ist, dann wirklich nur vor Spannung, vor Aufregung, vor, boah, ich habe gerade was verstanden. Und ja, stimmt, vielleicht findet das in meinem Leben so nicht statt. In meinem großen Glück habe ich dieses Leben nicht führen müssen, wie dieses Mädchen, die beiden Mädchen bei Puppe. Aber viel, 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 viel mehr Mädchen und Frauen, als sich alle vorstellen können, erleben das. Und da gibt es eine Stimme, da gibt es ja eine Stimme, die davon berichtet, und zwar in einer Art und Weise, die einem nicht ermöglicht, wegzugucken und zu denken, ja, ja, das gibt es, aber nur ganz selten, sondern das ist so unmittelbar. Und so direkt auch durch das lyrische Ich, dass man es quasi ranlassen muss und sagen muss, ja, stimmt, das ist ein Thema, das spiegelt nicht die gesamte Gesellschaft wieder, aber es spiegelt durchaus ein gesellschaftliches Problem wieder, was es auch nicht auch seit Jahrhunderten gibt, dass es ja nichts Neues. Ja, es ist viel Sex, das ist nun mal so bei denen, aber das Thema Sex ist ja auch in der Gesellschaft eines, das am meisten Schmerzen, Kummer, Demütigung, Machtmissbrauch bedeutet. Natürlich auch Freude und Spaß und Liebe, aber über den Teil reden wir jetzt nicht. Das macht ja schon eine Lene Fischer. Ach nein, die redet ja gar nicht über Sex. Aber wie dem auch sei, Sie haben sich eben zum Thema gesetzt, warum auch immer, diese anderen Seiten zu beleuchten, und zwar virtuos zu beleuchten. Und das ist hier auch wieder gelungen. Ich mache mir ja immer darüber lustig, dass Sie jetzt nach 25 Jahren immer noch nur über Sex reden können und über Körperflüssigkeiten. Aber wie Sie das getan haben, das ist wirklich meisterhaft, finde ich. Und das ist noch mal deutlich besser geworden. Ich habe jetzt in den nächsten Wochen auf der Hochzeit meines Sohnes eine Rede oder eine Performance aufzuführen. Und seitdem ich mich jetzt hier eine Woche intensiv mit den Texten von Herrn Lindemann beschäftigt habe, traue ich mich nicht mehr. Alles, was ich von mir geben kann, kann einfach nur ein unfähiges, langweiliges Geplapper werden. Also darum, mein lieber Sohn, hier ist eine Nachricht für dich. Bitte verzeih mir. Du Blutgefrucht aus meinem Leib, du hast gewählt, sie wird dein Weib. Komm, du sollst mich von Herzen hassen. Ich muss die Pflicht des Redens lassen. Herr Lindemann nimmt mir den Mut, nicht mal im Tod bin ich so gut. Kann nur im Schmerz und Tränen nicken. Ihr beiden Schönen geht jetzt... So, mehr geht leider nicht. Also tut mir leid, diese Rede muss jemand anders halten. Ich weiß jetzt, wie es gut geht und so gut könnte ich es nie. Und wie wir schon beim Thema sind, schauen wir mal weiter. Was ich liebe, ist ein klassischer Rammstein-Song. Also es geht darum, alles, was man liebt, muss verderben und darum kann man nicht lieben, weil dann muss man sterben. Und ehrlich gesagt, ist gut. Also musikalisch auch wieder gut und ich sing es auch gerne mit. Aber es ist echt nichts, wofür ich jetzt hier Zeit, eure Zeit verbrauchen muss. Das hätte die Toten Hosen inhaltlich zumindest genauso machen können. Oder es hätte auch Rammstein vor 20 Jahren genauso machen können. Abgesehen davon, dass ich einfach... Es ist Unsinn. Alles, was liebt, muss sterben. Alles muss... So ist es einfach nicht. Ja, manchmal ist es so, da geht eine Liebe unglücklich aus, aber wir alle können unseren Anteil daran tun, dass eine Liebe glücklich ausgeht. So, das ist das eine. Und jetzt kommt... Oh mein Gott. Jetzt kommt Diamant. Habt ihr schon den Eindruck, dass ich... Oh Gott, Diamant. Und ja, das ist die, die eigentlich die Ballade auf diesem Album. Wie immer geht es hier um eine unglückliche Liebe. Natürlich, du bist so schön, so wunderschön. Ich will nur dich, immer nur dich ansehen. Hat überhaupt keinen Sinn, dass ich euch das jetzt vorlese, weil... Was hier das Beglückende ausmacht, ist die Melodie. Der Text ist wie immer das Gleiche. Sie ist schön, aber kaltherzig und das klappt einfach nicht. Es wäre schön, wenn mal einmal so ein Liebeslied käme und am Schluss steht Oh, ich bleib für immer bei dir. Aber wir sind ja bei Rammstein, also machen wir es anders. Diese Melodie, das muss ich euch gleich unbedingt einspielen. Das berührt mich sehr. Also alle Zeitungen schreiben auch, es könnte das Neue ohne dich werden. Ich finde das nicht. Ich glaube, ohne dich ist nicht zu toppen, aber das ist ja meine Meinung. Was es auf jeden Fall ist, es ist zu kurz. Es ist nur über zwei Minuten. Aber es ist nochmal so, ein Gedicht ist geschrieben, wenn es geschrieben ist. Ein Gedicht ist gesagt, wenn es gesagt ist. Und das hat eben nur zwei Minuten gedauert. Aber ich fühle mich jedes Mal beraubt. Ich weiß nicht, ob es euch anders geht, aber ich habe es noch nicht geschafft. Es einmal nur einmal zu hören. Ich spule immer zurück und hole mir diese zwei Minuten, die mir zustehen, weil ein Stück dauert immer gut vier Minuten. Und in dieser Geschwindigkeit geht es weiter. Es nimmt einen wirklich ganz ruhig. Mir ist nur ein Cello, eine akustische Gitarre, ein bisschen Rhythmus und ab und zu Chorgesang. Ja, es ist einfach eine wahnsinnig schöne Ballade, die wirklich andere auch erstmal so hinkriegen müssen. Und ja, es bringt einen auch nochmal so runter. So runter. Also ich hätte es mir länger gewünscht, aber es ist eben so. Ein Gedicht dauert, solange es ein Gedicht dauert. Dann kommt weit weg. Also nach den meinen Recherchen ist das das Lied, was die allermeisten am meisten begeistert. Also ich habe jetzt mich ja eine ganze Woche immer damit beschäftigt geguckt, wie sind die Meinungen und so. Auch im Netz, dieses weit weg mit Fug und Recht. Inhaltlich ist jetzt erstmal noch ein anderes Thema, aber die Musik ist großartig. Ich glaube, das sind wir Vierteltag. Da haben sie alles reingebracht, was sie können. Also wirklich alles, was sie an Musik können. Überraschendes. Da ist elektronische Musik, da ist ganz viel Rammstein drin. Sie sind ständig überraschende Wendungen. Und was mir hier gut gefällt, an weit weg, das Thema ist eben ein Spanner, der die Herrin seiner Fantasie gegenüber beobachtet und was ihm dabei passiert. Also um genau zu sein, also er legt Hand an sich und das Ergebnis dürfen wir ausgiebig bewundern. Und das allerdings merkt man wirklich erst nach dem dritten, vierten, fünften Stufe. Also erst denkt man, aha, er hält eine Sonne in der Hand und ich weiß, mein Mann hörte das an dem und sagte, was meint er mit der Sonne in der Hand? Und ich sage so, die Kamera. Und einen Tag später dachte ich, Quatsch, da gehört doch mal Kamera. Und nach und nach merkt man, also das ist wirklich das sprachliche Meisterwerk dieses Albums. Das ist so, so vielschichtig. Man kann es einfach grob sehen. Also ich habe es auch im Netz gelesen, ah, das ist das eindeutigste Lied. Okay, da ist ein Spanner, der guckt. Und dann guckt man genauer hin, ach, guck mal, das meint er. Und dieses Bild. Und ständig schreibt er, Bilder. Und das beginnt ja mit, man kann das Bild, niemand kann das Bild beschreiben. Auch das ist total, wie soll ich mal sagen, klug und geschickt gemacht. Niemand kann das Bild beschreiben. Und dann, was danach kommt, dachte ich, das ist ja seltsam. Das passt eigentlich nicht zu. Niemand kann das Bild beschreiben. Und dann passiert genau das Gegenteil. Er beschreibt ja dieses Bild, dieses Mannes, so genau, dass ich wirklich total im Kopf habe, wie er da steht und was er da tut und wie er dann seufzt, wenn er kommt und solche Sachen. Und vorher, niemand kann das Bild beschreiben. Und dann merkt man, ah, das stimmt. Er hat es so beschrieben, dass dieses Bild beim ersten Lesen gar nicht sichtbar ist. Versteht ihr? Das ist in vielerlei Hinsicht total klug, intelligent und geschickt gemacht. Und die Leute, die Spaß haben, so wie ich, nochmal zu gucken und nochmal und da und da, die haben aber was zu tun. Das ist wie so ein Lego-Baukasten. Ja, das ist schön. Wenn ihr Lust habt, hören wir da nochmal kurz rein. Niemand kann das Bild beschreiben gegen seine Fensterscheibe. Hat er das Gesicht gepresst? Der Atem stockt, das Herz schlägt wild, malt seine Farben in ihr Bild. Und steht er da am Fensterrand mit einer Sonne in der Hand. Ja, also natürlich ist die Sonne sein Gemächt. Und wenn er seine Farben in ihr Bild malt, wir sind ja unter uns, wir können ja mal offen sprechen. Stellen wir uns das einfach praktisch vor. Er steht vor dem Fenster, sie schlägt vor dem Fenster und dieses Fenster, von dem er steht, hat jetzt nun, sagen wir mal, schmieriges Zeug dran. Und dadurch sieht er ihr Bild natürlich mit seinen Farben. Also für die, die jetzt keine Lust haben, noch und noch und noch eine Stufe zu gucken, habe ich es euch mal kurz beschrieben, erklärt. Ja, da muss ich mich jetzt auch korrigieren. In dem Stück ist tatsächlich auch eine ordentliche Soundwall. Nicht zu vergleichen mit Sonne oder Engel oder Donaukinder, aber ist auch eine ordentliche Soundwall. Also das ist textlich, ist musikalisch sehr gut und textlich sensationell. Dann kommt Tattoo. Okay, da ist ein richtiges Rammstein-Lied über das Thema Tattoo. So, das letzte Stück ist mein Lieblingsstück oder ja, ja, Hallo Mann. Das ist, nimmt mich wirklich mit. Ich vermute, es nimmt alle mit, weil es ist so geschrieben, dass er mitnehmen muss. Es geht um Mann, der an einem Straßenrand ein kleines Mädchen mitnimmt mit dem Auto. also um sie zu missbrauchen, um sie hinterher auch umzubringen. Das könnte man jetzt einfach so beschreiben. Okay, er hat sie mitgenommen und dann hat er sie, weil es gibt es ja nun auch wirklich, das passiert, das wissen wir alle. Aber wie er das beschreibt, das ist, boah, Herr im Himmel und die Musik dazu. Das müssen wir uns einfach gleich mal anhören. Und das ist so, dass er dieses kleine Mädchen also mitnimmt, ihr immer wieder sagt, sie soll den Mund halten. Ich vermute mal, sie stellt Fragen oder sie schreit. immer wieder sagt, sie soll den Mund halten. Steig einfach ein. Ich kaufe dir Muscheln mit Pommes frites. Ich meine, darauf muss er erst mal kommen. Also dieses Bild, Muscheln mit Pommes frites. Muss er erst mal drauf kommen. Aber ist er drauf gekommen. Und dann gibt es mehrere Sequenzen, die das Bild so sichtbar machen. Die Sonne scheint uns auch auf den Bauch. Also er nimmt sie mit zum Strand, irgendwie ans Meer. Wir bauen was Schönes aus Haut und Sand. Und da dann immer wieder sprich nicht zu mir. Sie scheint sich wirklich zu wehren. Und also ganz, also vom Text her ganz fürchterlich. Blondes Haar und Rosenkranz. Und das beginnt mit einem ganz bedrohlichen Bass. Und dann kommt diese schmeichelnde Stimme von Till Lindemann da rein. Hallo kleines Mädchen, wie geht es dir? Ein Dreck interessiert denn das, wie es dem Mädchen geht. Aber, ne, und so geht das die ganze Zeit weiter. Und er verbietet ihr immer die Stimme und sie darf nicht antworten. Und dann gibt es irgendwann eine Sequenz, wo er auch sagt, nichts wird mehr wie früher sein. Das heißt, er weiß genau, was er tut. Das ist so. Er weiß, dass das Mädchen danach zerstört ist. Und dann fragt er das Mädchen nochmal. Hallo kleines Mädchen, wie geht es dir? Und weil sie ja nicht antworten darf und in diesem Zuschauen wahrscheinlich schon gar nicht mehr antworten kann, antwortet die Musik mit einer ganz heftigen, dramatischen Gitarre. Hört euch das mal an. Da hört man wirklich die ganze Qual, den Schmerz, dieses Entsetzen, diese Hilflosigkeit raus ein paar Sekunden lang. Das ist Programmmusik auch. Also da spricht die Musik ohne Text und wirklich das, was dieses Mädchen fühlt. Das finde ich grandios gemacht. Wenn er das in Worten gesprochen hätte, in Worte eines vierjährigen Kindes, was wäre das gewesen? So verstehen wir alle, wie es diesem Kind geht. Und das endet dann so, dass dieses Mädchen stirbt und das ist auch in einem Wortspiel. Da ist eine Analogie an das Andersen-Märchen mit der kleinen Meerjungfrau, die eben ihre Stimme verliebt und die am Schluss, nachdem sie tot ist, als Lied über dem Wasser und als Schaum über dem Wasser schwimmt. und da sing für mich und dann auf den Wellen dein Gesang. Also daran erkennt man eben, dass er die dann auch getötet hat. Sing für mich und dann auf den Wellen dein Gesang. Ja, das merkt man schon, das nimmt mich wirklich mit, weil die Musik auch so eindringlich ist. Hallo, kleines Mädchen. Ja, und das passiert alles auf dieser Welt. Und da geht Rammstein her und gibt diesem unausgesprochenen, zur Seite geschobenen Problem, weil ja, das betrifft uns ja alle nicht. Das machen ja nur Fremde, nur Ausländer. In unserer Nachbarschaft passiert es nicht. In unserer Familie passiert es nicht. Ha, ha, ha. Und dann gibt Rammstein denen Worte und Musik und ein Gefühl dafür. Und Hallo, Mann ist im skandinavischen Bereich so ein umgangssprachlicher Begriff für den Nachrichtensprecher. Da haben wir wieder eine Hommage an Falkos Genie. Da sind sowieso Ähnlichkeiten, weil da gibt es ja diesen Moment, wo dieser Nachrichtensprecher in dem Stück sagt, Newsflash. Und der Hallo, Mann. Sicherlich auch eine Erinnerung daran, dass der Lindemann mit seiner Band Lindemann, der ja nun mal aus Schweden kommt, halt ständig in Schweden ist, monatelang. Und das daher wahrscheinlich gefunden hat, diesen Ausdruck. Aber ja, als erstes fiel mir natürlich ein, dass es eine Hommage an Genie ist. Und ja, jetzt haben wir Trafi Deutsche abgelöst und jetzt haben wir Falco abgelöst. Also mein guter Gatte, der ja hier mein Projekt und meine Rammsteinaktivitäten mit großer Ermattung, begleiten muss seit ein paar Jahren, musste er es nun zweimal auf dem Weg nach Berlin hin und zurück, neben mir sitzen und das immer hören. Und der sagt, er hat Rammstein vorher, also seitdem ich bei dem Projekt, mit dem Projekt arbeite, positiv neutral gegenüber gestanden. Und jetzt dieses Album kann er von der ersten bis zur letzten Zeilen Note hören, ohne sich durch den Lärm oder die Hektik oder wie auch immer gestört zu fühlen. Und er mag es richtig, richtig gern. Also stört hat er jetzt überhaupt nicht gestört, dass er insgesamt ja 24 Stunden das hören musste im Auto. Woraus wir es schließen können, dass sich diese, tja, diese reifere Form von einem Album einem breiteren Publikum erschließt. Das ist vielleicht nicht immer mit Ressentem im Sinne der klassischen Rammstein-Fans. Aber da bei Rammstein nichts, aber auch überhaupt gar nichts Zufälliges, gehe ich davon aus, dass es zumindest im Sinne von Rammstein ist. Und ja, freue ich mich irgendwie. Muss die Knete ja für ihre alten Tage herkommen. Und ich freue mich auch für ihren Erfolg, weil den haben sie sich wirklich verdient. Okay, es war jetzt so ein kleiner Einblick. Ich habe ja nicht alle Stücke gezeigt. Kleiner Einblick in die Sachen, die mir aufgefallen sind. Alle anderen Sachen sind ja schon besprochen worden. Hier der Parabelritter, das ist ja ein ziemlich bekannter YouTuber, den ich auch wunderbar finde und den ich auch sehr gern mag. Hatte ja für sich herausgefunden, dass es ein Konzeptalbum sei. Haben mich damit beschäftigt. Ist ein verführerischer Gedanke. Ich habe es nicht so gefunden. Also nur, falls ihr da jetzt noch mal zu fragen habt. Ich habe das nicht so gesehen. Was ich noch übrigens, wenn ich mir jetzt gerade eingelesen habe, mit diesem Album hat sich Rammstein endlich ist nach links gerückt. Genau, mit diesem Album ist Rammstein vollständig nach links gerückt. Und ich frage mich, von wo sind die denn gerückt? Also die saßen hier so und hier und hier. Weiter ging ja nicht. Also es, und selbst wenn dem so wäre, dass sie vorher rechts waren, frage mich, was man an diesem Album erkennen konnte. Es hat nichts Politisches. Nee, das stimmt ja nicht. Zum ersten Mal ist es was Politisches, nämlich Deutschland. Ein deutlicher, ähm, deutliche Statements zu ihrem Gefühl zu Deutschland. Und vielleicht noch ein bisschen Radio. Also es ist, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die Menschen haben einfach das totale Bedürfnis, wenn sie auch einmal eine Meinung haben, dabei zu bleiben, da fühlen sie sich wohl und sicher. Dann ist Rammstein falsch. Wer sich wohl und sicher in seinem, oh, die Welt ist so, wie ich sie mir denke, bleiben möchte, der sollte vielleicht bei Helene Fischer für Reiche bleiben. Rammstein zeigt, dass weich nicht gleich kitschig sein muss, dass weich nicht gleich leicht sein muss und dass, ähm, auch schwierige und schwere Themen in Kunst verpackt, ähm, aushaltbar sind. Ja, also ich kann nur gratulieren. Ich habe einen Prozess machen müssen vom ersten Moment an, oh, wo sind denn meine Soundwalls, bis zu, oh ha, oh, alle Achtung, und guck mal, wie unterschiedlich das ist. Ähm, vorgestern ist übrigens ein, ein Deo mit dem Namen Heroin von Rammstein bei Rossmann für 19,95 Euro aufgelegt worden. Also, neben dem, dass sie wirklich gute Musik machen können, sind sie auch ausgezeichnete Merchandiser. Ich, ich glaube es kaum. Ich wollte es einfach nur erwähnen, falls jemand von euch noch nichts davon gehört hat und das unbedingt haben möchte, geht hin und kauft es. Ähm, ja, so, das ist jetzt meine, meine Einschätzung. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht manches teilen. Vielleicht habe ich noch manches vergessen oder falsch eingeschätzt. Ich, ich freue mich über alle Kommentare. Ich, habt ihr schon gemerkt, ich antworte immer. Ich diskutiere gern mit euch darüber. Oh, ich muss mich noch korrigieren. Bei Radio habe ich gesagt, jedes Liebgut sei verboten. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen und gelesen hatte. Ich habe mich da sogar lange geäußert. Ihr habt mich darauf hingewiesen und es korrigiert. Ihr habt natürlich völlig recht. Da steht jedes Lied gut. Wer weiß, wo ich und warum ich gedacht habe, es so gelesen zu haben. Mein Fehler hat mir aber gut gefallen. Habt ihr ja mitgekriegt, aber war falsch. Und falls mir hier sowas auch passiert ist, ich höre euch gerne zu. Dann korrigiere ich das das nächste Mal wieder. So, und bis dann, gerne einen Daumen hoch, gerne neue Abonnenten und bling, bling, die Glocke unten anklingen, dann bekommt ihr immer Informationen, wenn es wieder ein neues Video gibt und unten in der Beschreibung ist so ein Link, da könnt ihr, was weiß ich, auf meine Homepage kommen oder was, wenn ihr irgendwie was über mich erfahren wollt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.